Gen-manipulierte Insekten sind die Risiken beabsichtigt. Dass der Verzehr von gen-manipulierten Kartoffeln bei Ratten nach 10 Tagen zu 36 signifikanten Organveränderungen führte. Zwei Tage nach der Veröffentlichung wurde er entlassen und vertraglich dazu gezwungen, in keiner Form mehr den Behauptungen der Biotech-Industrie zu widersprechen. Und wenn Gott sowas sieht, ich glaube, der ist auch nicht froh darüber, wie wir gen-manipulieren. Auch bei Pflanzen, das kann eigentlich auch nicht gesund sein, oder Freunde? Wenn man so einfach rein logisch überlegt. In der Natur kommen diese biotechnisch modifizierten Lebewesen auf natürliche Art und Weise so nicht vor. Auch aus ethischen Gründen ist es für viele nicht akzeptabel, dass Wissenschaftler Gott spielen. Ähnlich wie bei der Corona-Impfung erwecken die Wissenschaftler zwar den Eindruck, dass sowohl Technik als auch deren Einsatz gut beherrscht werden und nebenwirkungsfrei sind. Wer weiß, was die eigentlich damit beabsichtigen, weißt du? Vielleicht steckt ein ganz anderer Plan dahinter. Wir sind out of control, Sommernacht, heute am Block und wir hustlen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich paff, macht mich wieder zu Stounter. Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist, wie immer, alles gut. Willkommen zurück hier auf dem Kanal. Wir gehen heute in ein weiteres Video rein, welches heißt, genmanipulierte Insekten sind die Risiken beabsichtigt. Ich habe da ungefähr vor ein paar Monaten von gehört, dass die Regierungen irgendwie Insekten in unser Essen mit reinmischen wollen, aus irgendwelchen Gründen, ich glaube, hat auch wieder mit Klimawandel oder Klimaschutz oder irgendwie sowas zu tun. Habe mich aber selber noch nicht damit auseinandergesetzt, weil ich das so abwegig fand, dass ich mir gedacht habe, ach, das ist doch verarsche. Aber anscheinend wird da wirklich drüber nachgedacht und deswegen gehen wir heute mal in die Recherche rein über die Insekten, Insektivibes. Und ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar. Liebe geht natürlich raus von der ganzen Twitch-Community, oben in der Ecke sind die Herzen und wir gehen rein in den Peter. Let's go! Insekten werden uns seit einigen Monaten in den Medien im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft gemacht. Das Beste, was du machen kannst, ist keine Medien zu konsumieren. Ich schwöre es dir. Zu diesem plötzlichen Medien. Also ich kriege von solchen Sachen auch nur mit über irgendwelche Videos oder über Leute, die mir das dann zuschicken oder so. Ich selber konsumiere eigentlich gar keine Mainstream-Medien. Sondern eigentlich nur, wenn ich was gucke, dann eigentlich nur YouTube. Oder ausnahmsweise mal ab und zu ein bisschen Netflix oder so. Obwohl ich das auch in letzter Zeit gar nicht mehr tue. Ja, ich versuche mich so viel wie möglich mit mir und meinem eigenen Leben zu beschäftigen. Und mich nicht die ganze Zeit mit irgendwas ablenken oder Panik machen zu lassen. Das ist nämlich das, was die Medien am meisten tun. Menschen ablenken von sich selbst und Panik machen. Wenn es Wandel kam, sowie auf die beim Verzehr von Insekten bestehenden Risiken und Nebenwirkungen, haben wir in der Akte Insekten in Lebensmitteln bereits aufmerksam gemacht. Hier lauert aber noch eine größere Gefahr. Biotechnologie und Genmanipulation wird von vielen als der Schlüssel zur Lösung von grundlegenden Problemen. Wie kamen die denn eigentlich, weiß das jemand im Chat eventuell, wie kamen die denn eigentlich auf den Gedanken mit diesen Insekten? Also was war denn da so der Trichter? Was war so der, warum die gesagt haben, ja, das ist wichtig und das müssen wir jetzt tun. Was war denn der ausschlaggebende Grund dafür? Der Nahrungsmittelversorgung. Klima, tatsächlich, ja. Und im Gesundheitswesen angesehen. Was wesentlich an der heutigen Berichterstattung ist, ist gesund und klimaneutral. Ja, günstig und klimaneutral, sorry. Aha. ...der Mainstream-Medien liegt, die uns günstige Nahrungsmittel und neue Medikamente verspricht. Früher war die Berichterstattung noch deutlich ausgewogener. Noch im Jahr 1999 warnte der Bayerische Rundfunk mit der Doku Gekaufte Wahrheit vor den extremen Folgen genmanipulierter Lebensmittel und den skrupellosen Machenschaften der Biotech-Industrie. Das ist so ein interessantes Thema. Gekaufte Wahrheit, Gentechnik im... Digga, das könnte man eigentlich auch mal sich reinziehen, oder Freunde? Scheint auch ein spannendes Thema zu sein, oder nicht? Unter anderem wurde der skandalöse Umgang mit Professor Arpad Pustai veröffentlicht. Pustai zeigte mit einer von Herstellerinteressen unabhängigen Fütterungsstudie, dass der Verzehr von genmanipulierten Kartoffeln bei Ratten nach 10 Tagen zu 36 signifikanten Organveränderungen führte. Und das ist krass. Und das ist ja... Unsere Ernährung ist ja teilweise extrem krass mit Gentechnik bearbeitet, ne? Teilweise auch mit diesen... Die machen ja so, dass die Tomaten rote aussehen, dass die Äpfel grüner aussehen und solche Sachen. Passiert ja, glaube ich, sehr, sehr oft, ne? Deswegen wäre das auf jeden Fall ein Thema, was auch nicht nur interessant ist, sondern auch wichtig ist, das zu verbreiten, so. Und wie ist das jetzt? Und die Insekten sind auch genmanipuliert, die sie uns ins Essen reinpacken wollen, oder was? Zwei Tage nach der Veröffentlichung wurde er entlassen und vertraglich dazu gezwungen, in keiner Form mehr den Behauptungen der Biotechindustrie zu widersprechen. I like that. Da siehst du mal wieder die Biotechindustrie, meine Jutzen. Diese extreme Einflussnahme ist möglich, da jeder in diesem Bereich forschende Wissenschaftler direkt oder indirekt von den Herstellerfirmen bezahlt wird. Mit der Konsequenz, dass es praktisch keine unabhängigen Kontrollen gibt. Wer Kritik übt, wird mundtot gemacht. Scheiße, das ist krank, bro. In den 20 Jahren seither haben sich die Macht und die Möglichkeiten dieses Netzwerks noch deutlich vergrößert, was sich kürzlich bei der Zulassung weiterer Insekten für die Nahrungsmittelherstellung bestätigte. Die dafür nötigen Daten wurden nicht etwa von der Zulassungsstelle ermittelt, sondern von den Firmen bereitgestellt. Es zeigte sich, dass die ganzen Reglementierungen letztendlich nur dazu dienen, einflussreiche Konzerne und Institutionen vor unliebsamer Konkurrenz abzuschotten. Sie verhindern die Aufdeckung deren Machenschaften, um den Verbraucher in einer scheinbaren Sicherheit Ist es denn jetzt schon beschlossen, dass man quasi Insekten in Lebensmitteln beimischen kann? Ist das schon eine beschlossene Sache oder wie sieht da die aktuelle Lage aus? Damit dieser nicht unbequem wird. Nachfolgend erläutern wir kurz die Funktionsweise der bestehenden gentechnischen Möglichkeiten und stellen deren sehr positiv dargestellten Chancen den Gefahren dieser Technologie gegenüber. Erstens, Gentechnik. Was ist das überhaupt? Interessantes Thema. Über Jahrtausende wurden Pflanzen und Tiere nach den Gesetzen der Vererbung gekreuzt, um durch diese Zuchtauslese bestätigen... Ja, ist schon beschlossen, sagt ihr? Ist schon lange beschlossen. Insekten in Lebensmittel gibt es schon lange bei uns. Seit kurzem wurde aber noch mehr zugelassen. Das wird es auch deklariert quasi? Also steht es drauf? ... der Eigenschaften zu verstärken und Unerwünschte zu reduzieren. Dadurch wurden auf natürlichem Wege zum Beispiel ertragreichere Pflanzensorten oder Tiere mit mehr Fleisch gezüchtet. Ja, das habe ich mal gesehen in der Dokumentation über Hühner, wie die gentherapiert werden, damit die eine größere Hühnerbrust haben quasi und diese Hühner nicht mal mehr laufen können. Die fallen nach vorne um die ganze Zeit. Die können nicht laufen, Bro. Das musst du dir mal überlegen, wie krank das ist. Und als ich solche Sachen... Das war in der Phase, wo ich Vegan sein ausprobiert habe. Und das hat mich immer mehr dazu getrieben, dann kein tierisches Fleisch mehr zu konsumieren, weil ich auch einfach dieses Leid der Tiere nicht supporten will. Weißt du? Selbst wenn das vielleicht für den menschlichen Organismus gar nicht so schädlich ist, wenn man hier und da mal Fleisch konsumiert. Das hat für mich auch ethisch-moralische Gründe dann. Weißt du, wie ich meine so? Wenn ich sehe, was mit den Tieren angestellt wird, dann bin ich auch radikal und sage, ich selber kann darauf verzichten. Und deswegen esse ich den Scheiß nicht mehr, weil ich nicht will, dass wegen mir Tieren sowas angetan wird. Und wenn Gott sowas sieht, ich glaube, der ist auch nicht froh darüber, wie wir Gen manipulieren. Auch bei Pflanzen, das kann eigentlich auch nicht gesund sein, oder Freunde? Wenn man so einfach rein logisch überlegt. Bei der Gentechnik hingegen werden mit biotechnischen Verfahren Eingriffe in das Genom und die biochemischen Steuerungsvorgänge von Lebewesen vorgenommen. Dies umfasst sowohl die Veränderung und Neuzusammensetzung von DNA-Sequenzen im Reagenzglas wie auch im lebenden Organismus. In der Natur kommen diese biotechnisch modifizierten Lebewesen auf natürliche Art und Weise so nicht vor. Zweitens, gentechnische Verfahren und Produkte. Die DNA eines Lebewesens ist quasi die Bauernleitung, die die Entwicklung, Funktion und Reproduktion des Lebewesens steuert. Durch eine Änderung von Teilen dieser Bauernleitung verändern sich auch bestimmte Eigenschaften und Merkmale des Lebewesens. Erstmals wurden in den 1970er Jahren Pflanzen auf diese Weise modifiziert. Die erste genmanipulierte Maus wurde 1974 geboren. Mit der Flava-Sava-Tomate kam 1994 das erste gentechnisch modifizierte Lebensmittel auf den Markt. Bei dieser Anti-Match-Tomate wurden durch gentechnische Veränderungen der Fäulnisprozess verlangsamt, sodass sie 14 Tage länger frisch aussieht. Am häufigsten angebauten genveränderten Pflanzen sind heute Mais und Soja, die gegen die Spritzmittel bestimmter Hersteller resistent sind. In verarbeitenden Nahrungsmitteln finden sich seit Jahren gentechnisch veränderte Mikroorganismen wie zum Beispiel transgene Hefen und Aromen. In der Medizin werden Hormone und einige Medikamente mit... Was hat das für einen Effekt auf den menschlichen Organismus? Das würde mich jetzt nochmal interessieren, ausführlich gesehen. ...genveränderten Organismen produziert. Inzwischen hat das Thema eine ganz neue Dynamik bekommen. Früher war die gentechnischen Eingriffe sehr teuer, kompliziert und zeitaufwendig. Das änderte sich schlagartig durch die neuen Technologien des Genomeditings, das häufig auch als Genomchirurgie bezeichnet wird. Dabei kommen künstlich hergestellte Enzyme zum Einsatz, die die unerwünschte DNA-Sequenz erkennen, herausschneiden und eine neue DNA-Sequenz bereitstellen. Das passiert ja auch, das haben wir ja in der Doku vorhin gesehen, das passiert ja auch teilweise mit Menschen, mit Pföten, ne? Dass die da die Gene verändern, damit die nicht mit Behinderung auf die Welt kommen und sowas. Als wir uns diese Eugenik-Sachen vorhin reingezogen haben. Geht ja in dieselbe Richtung, ne? Da werden ja die Gene verändert quasi. ... wird dann durch den natürlichen Reparaturprozess anstelle der ursprünglichen Sequenz eingebaut. Die beliebtesten Verfahren dafür sind CRISPR, Zinkfingernukleasen und Talens. Diese Verfahren ermöglichen praktisch jedem Labor, gentechnische Experimente binnen Wochen für ein paar hundert Dollar durchzuführen. Die Entwicklung ist vergleichbar mit der vom ersten noch ein ganzes Haus füllenden Computerapparatur hin zu einem heutigen neuen Smartphone für jedermann. Drittens. Irgendwann können wir alle mit einem Gerät, was so groß ist wie unser Smartphone, äh, Pflanzen und Dinge genmanipulieren, oder was? Risiken und Akzeptanz in der Bevölkerung. Also, das interessiert mich jetzt hier. Aufgrund möglicher gesundheitlicher Risiken lehnen viele Verbraucher gentechnisch veränderte Nahrungsmittel ab. Fehlende fundierte wissenschaftliche Untersuchungen und die Unterdrückung von besorgniserregenden Berichten, wie im eingangs geschilderten Fall mit den Organschänen durch genmanipulierte Kartoffeln bestätigen, Ah, das ist krass, stimmt. Die haben ja die Ratten gefüttert mit genmanipulierten Kartoffeln und die sind dann verstorben und haben irgendwie heftige Effekte auf die Organe gehabt. Wir sind natürlich keine Ratten, aber das zeigt schon, was eventuell da auch passieren kann, ne? Dass diese Bedenken mehr als berechtigt sind. Auch aus ethischen Gründen ist es für viele nicht akzeptabel, dass Wissenschaftler Gott spielen und auf diese Weise in die Schöpfung eingreifen. Fühl ich, unterschreibe ich, genau so mein Juts da. Auch ein sympathischer Typ, ne? Ich kenn den Kanal gar nicht, klar TV. Gang! So hört es sich zunächst zwar positiv an, dass durch gentechnische Veränderungen neue Medikamente möglich seien. Damit wird aber nicht das ursächliche Problem gelöst. Dass zum Beispiel Krebsfälle aufgrund unserer Umweltbelastungen und Lebensgewohnheiten explodieren. Hier wäre doch das Abstellen der Ursachen viel sinnvoller, als Probleme hinterher reparieren zu wollen. Woran die beteiligten Firmen natürlich wenig Interesse haben, da diese mit ihren Produkten fürstliche Profite einstreichen. Das ist schon so verwöhnt, dass man keine Tomate mehr kauft, die nicht perfekt aussieht. Oder kein, weißt du, keine Paprika oder irgendwas kauft, was nicht perfekt und knackig und fest ist und so. Das muss man halt auch wieder abstellen irgendwie so, ne? Aber es kam wahrscheinlich auch nur dadurch, dass wir diese Produkte präsentiert bekommen haben. Aber, ja, wie willst du das denn vermeiden? Ich glaube, fast alles im Supermarkt, gerade wenn du so Richtung Gemüse gehst und so, da ist schon sehr viel manipuliert, glaube ich. Noch problematischer wird es, wenn mit sogenannten Gen-Drive-Technologien quasi der Turbo für die Verbreitung eingeschaltet wird. Statt nämlich, dass ein Gen normalerweise an ca. 50% der Nachkommen weitergegeben wird, sind es beim Gen-Drive 100%. Was heute vor allem schon bei Hefen und Insekten angewendet wird. Mit der Folge, dass die natürliche Spezies durch die per Genmanipulation geschaffene Art komplett verdrängt werden kann. Diese Möglichkeit zu einem Genozid eröffnet dem Machtmissbrauch Tür und Tor. Und dies ist kein Szenario aus einem Science-Fiction-Film, sondern wird bereits praktiziert. Viertens. Krass. Forschungsverbote umgehen. Würde ein Wissenschaftler Gelder beantragen, damit zukünftige Generationen von Menschen nur noch bei Erfüllung bestimmter Kriterien Nachwuchs bekommen können, wäre der mediale Aufschrei groß. Verbirgt man diese Forschung aber hinter dem scheinbar hehren Ziel, Malaria, Dengue oder Gelbfieber auszurotten, wird es vielfach gefördert. So experimentieren Wissenschaftler seit Jahren an Mücken, die diese Krankheiten verbreiten. Durch deren gentechnische Veränderungen sollen zukünftige Generationen der weiblichen Mücken unfruchtbar werden und mit diesen dann auch die Krankheit aussterben. An solchen Themen wird jedoch nicht nur... Na Digga, das ist Eugenetik, Digga. Eugenik meine ich. Nur halt auf Insektenbasis. ...Labor geforscht. Das wird schon im Freilandversuch praktiziert. Ähnlich wie bei der Corona-Impfung erwecken die Wissenschaftler zwar den Eindruck, dass sowohl Technik als auch deren Einsatz gut beherrscht werden und nebenwirkungsfrei sind. Das ist aber bei weitem nicht so. Ganz im Gegenteil. Fünftens. Die Büchse der Pandora ist geöffnet. Die britische Biotechnologie-Firma Oxitec hat von 2013 bis 2015 mehr als 12 Millionen genveränderte Mücken in Brasilien freigesetzt, um die Population der gelbübertragenen Mücke Edes Ägypti einzudämmen. Nach Ansicht der Forscher hätten die freigesetzten Mücken und deren Nachkommen sterben müssen, ohne sich mit der Wildform weiter fortzupflanzen. Völlig unerwartet wurde das nach Aussage der Forscher Unmögliche wahr. Guck mal. 30 Monate später wurde bei bis zu 60 Prozent der lokalen Mücken die Genveränderung ebenfalls festgestellt. Aber nicht nur das. Die angestrebte und anfangs auch erreichte Reduktion der Mückenpopulation von 90 Prozent hat nach 18 Monaten wieder ihr altes Niveau erreicht. Sie versuchen Gott zu spielen und die Natur zu verändern und Natur sagt... Funktioniert nicht, mach ich nicht, will ich nicht, läuft so nicht. Da kannst du so viel Gen manipulieren und machen und tun, wie du möchtest. Die Natur und Gott ist größer als unser Trieb zur Kontrolle. Das Experiment verfehlte also nicht nur sein Ziel, sondern hat die Genveränderung auch noch unkontrolliert verbreitet. Mit unabsehbaren Folgen, wie zum Beispiel, dass diese neuen Kreaturen noch widerstandsfähiger und noch gefährlicher sind. Die Folgen derartiger Versuche wurden mit der fadenscheidigen Begründung, dass ihre Technologie zu 100 Prozent tödlich für die weiblichen Nachkommen sei, nicht untersucht. Eine Annahme, die sich als falsch erwiesen hat, aber trotzdem nicht zur Einstellung dieser verantwortungslosen Versuche führte. Außer in Brasilien wurden genveränderte Mücken trotz der erschreckenden Ergebnisse auch in Panama, in Malaysia und auf den Kaiman-Inseln freigesetzt. Das ist nicht weit. In den USA wurden die Genmücken inzwischen in Florida und in Kalifornien freigelassen, obwohl in den Mückenpopulationen von Kalifornien die Krankheitserreger gar nicht auftreten. In New York wurden die ebenfalls von der Biotech-Firma Oxitec gentechnisch verändert Ich will ja jetzt hier nicht wieder... Doch, komm, holt mal die Aluhüte raus, ich gehe jetzt rein. Wer weiß, was die eigentlich damit beabsichtigen, weißt du? Vielleicht steckt ein ganz anderer Plan dahinter. Schon mal darüber nachgedacht? Vielleicht sind die so genmanipuliert, dass die auch unsere Gene verändern, so wie die Corona-Impfung. Weißt du, was ich meine? Scheiße. Theorie it in, man. Wir haben den Kohlmotten Plutella xylostella im Feldversuch getestet und der gentechnisch veränderte Baumwollkapselwurm Pectinophora gossypiella in Arizona. Gentechnik? Nein, danke. Bis heute gibt es keine fundierten, unabhängigen Untersuchungen über die Risiken und Spätfolgen von gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln für den Verbraucher. Auch nicht, wie sich die gentechnisch veränderten Pflanzen und Tiere auf die natürliche Flora und Fauna auswirken. Manche mögen vielleicht einwenden, dass man doch dies bisher schon bemerkt hätte. Nur viele Krankheiten nehmen extrem zu, wie zum Beispiel Allergien und Krebs. Wer kann sich ausschließen, dass das nicht auch mit den genveränderten Produkten zusammenhängt? Oder mit der Corona-Impfung, die uns genverändert hat, eventuell. Die sogenannte mRNA-Impfung, wo ja auch nicht gesagt werden konnte, ob, wie und welche Nebenwirkungen auftreten können. Ist nebenwirkungsfrei, haben sie sogar behauptet. Da hat man dann wieder gesehen, dass das nicht stimmt so. Und deswegen aufpassen, meine lieben Freunde. Schön die Augen auf. Niemand. Und genau deshalb sollte man aus Vorsichtsgründen gentechnisch veränderte Nahrungsmittel ebenso ablehnen, wie die Forschung an Pflanzen und Tieren. Zumal es auch schizophren ist, wenn laut europäischem Gerichtshof durch ein Bauvorhaben nicht einmal ein verlassener Feldhamsterbau beeinträchtigt werden darf, gleichzeitig aber Millionen Forschungsgelder investiert werden in eine Technik wie Gendrive, die zum Genozid an einer gesamten Spezies führen kann und deren weitere Folgen unbekannt sind. Allein schon die derzeit zum Verzehr angepriesenen Insekten und die daraus synthetisch hergestellten Nahrungsmittel bergen ungeahnte Risiken. Nicht auszudenken, welche Folgeschäden und Kosten auf uns in 10 oder 20 Jahren zukommen, wenn die Insekten auch noch genverändert werden. Was durchaus wahrscheinlich ist, wenn wir nicht entschieden handeln. Einflussreiche Institutionen wie das Weltwirtschaftsforum WEF vom Klaus Schwab Ach, guck mal die beiden süßen Digga, Klausi und Billy. Ja, Maniaks. Und Milliardäre wie Bill Gates fördern sowohl die Gentechnik als auch den Konsum von Insekten. Beides gehört zur Umsetzung deren Transparenz. Wenn die das fördern, dann auf jeden Fall Abstand davon. Das ist meine Devise. So wie es ist, so handle ich in meinem Leben. Wenn Billy der Bastard oder Klaus der Hund, wenn die das feiern und supporten, dann bin ich da raus. Damit wir auch morgen noch gentechnikfreie Lebensmittel bekommen können, ist jeder Einzelne von uns gefordert, als Verbraucher an der Kasse und als kritischer Bürger im Gespräch mit den politischen Vertretern. Je mehr hier konsequent Nein sagen, umso besser sind unsere Chancen. Informieren Sie bitte deshalb auch Ihre Freunde und Bekannten darüber. Vielen Dank. Starkes Video, mein Jutster. Er hat auch gute Vibes, finde ich, der Moderator hier gehabt. Ich kenne den Kanal gar nicht, aber da kann man öfter mal reinschauen. Ich fand das echt so schön aufgearbeitet, wenn ich das so sagen darf, oder Freunde? Was sagt ihr? Ich fand das Video echt gut. So, YouTube gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Haut mal auch rein, ob wir öfter mal auf den Kanal reagieren sollen, können, müssen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.